Die Handwerksbrigade der Verdammten möchte sich deine Fähigkeiten zu nötig machen. Bewirb dich noch heute! Steht direkt hinter dir, so ein Roboter. Ja, steht. Du hast deine Aufträge durch? Dann erzähl ich jetzt mal meiner. Arbeitsauftrag, Übungsrüstung. Die Handwerksbrigade der Verbanden verlangt von neuen Rüstmeistern, dass sie Übungsrüstungsteils zur Bewertung herstellen. Denn qualifizierte Teilnehmer haben Aussicht auf zukünftige Beschäftigung. Ich nehme den Auftrag an. Prototypenrüstung. Kommt mir auch nicht bekannt von der Texte. Das ist nämlich genau das gleiche. Und Schlüsselsteinrüstung. Hey, wer hätte gesagt, es ist nochmal der gleiche Text. Aha. Ich hatte dreimal verschiedene Texte. Ich hatte dreimal die Brigade. Möchte gerne bitte schicken und so, ja. So. Ich muss jetzt aber auch noch sammeln gehen. Gott. Was brauche ich denn? Also ich brauche Standard-Omniplasma, Granatapfel und Gelbglöckchen. So, ich fange oben an. Turnschuhe. Das nennt man Füße. Ich brauche vier Eisenbrocken und vier Bleirahmen. Ich bin mal reparieren gegangen. Sag mir jetzt nicht, ich muss losgehen und muss mir Eisenblöcke besorgen. Energiekerne gibt es. Haben wir einen Garten, Morty? Äh, ich wüsste von keinem Garten. Wieso? Weil ich Samen habe und wenn ich die einpflanze, kriege ich nach 20 Minuten das, was ich brauche. Bei mir steht 30. Klingenblattsamen. Die Rosenkernsamen sind 25. Ich habe Spirorankensamen 25 Minuten und Gelbglöckchensamen 20 Minuten. Die Gelbglöckchensamen habe ich auch. Ich habe aber noch von früher Klingenblattsamen. Okay, also ich brauche auf jeden Fall die Goldglöckchen. Gelbglöckchen. Ja, und ich muss jetzt anfangen, Ärzte zu farmen. Weil die brauche ich für meine Aufträge. So, haben wir hier eigentlich das hier schon angeguckt? Bei mir leuchtet das hier nämlich noch. Diese WAV fällt aus rechts noch. Klicken wir mal drauf. Aktion noch nicht möglich. Äh, okay, ich habe es gesammelt. Ich auch. Also dann kann ich mit der hier noch reden? Rekrutiere Kundschafter habe ich jetzt. Ja, hat auch für mich erzählt. Okay. Guck mal, ich sehe eine Quest. Du siehst eine Quest? Ja. Karl, der Kiefer wurde nicht gefragt. Ich finde, das passt so ein bisschen hierzu. Wo siehst du eine Quest? Wo bist du? Die hast du bestimmt schon. Sich lösende Spinnweben. Äh, nee. Wo bist du denn? Im Haus. Da muss ich aber reinkommen. Ich glaube, die Quest hattest du gemacht. Bei mir hat es nicht funktioniert gehabt. Ähm. Ja, das war diese Scheiß-Begleit-Quest. Die bei mir nicht funktioniert hatte. Warum auch immer. Beim letzten Mal. Wer hatte die denn? Nein, da waren wir irgendwo in irgendeiner Höhle mit irgendwelchen Spinnen oder so Kram. Und du hast sie rausbegleitet und ich konnte das nicht. Und der gibt mir jetzt die Quest. Mi, 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 meine Olle ist verschwunden. Mi, 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 mach was. Ja. Ja. Ich geh davon aus, du gehst hier... Guck mal, Mott, hier müssen wir hin. Oder vielleicht auch nicht. Also eben noch hatte ich da... Ich hab jetzt quasi 100% von den Spähern. Ach, hast du? Ja. Habe ich das auch? Ja, du müsstest es auch haben, wenn du bei mir bist. Ich seh das nicht. Äh, müsste es, glaube ich... Kann ich das irgendwie... Okay, das habe ich schon mal ausgeblendet. Und... So, Quests. Wo ist denn das? Ja, ich... Motti, ich seh nicht mehr durch. Es ist so viel einfach. Ich seh da nix. Ich hab mal einen Zettel gelesen. Eldanisches Schwert aus der Prä... Aszendentenperiode. Circa 800 bis 500 vor E. Wissenschaftler bestätigen, dass dieses Schwert... Irgendwas ist. Der Text ist ausgegangen. Mich nervt dieses Leuchten gerade. Deswegen gucke ich hier gerade mal. Was ist das? Zum Endcoin. Direkt in Wildstar Covers. Nein, danke. Ist aber sehr nett, dass du fragst. Okay. Gut. Gehen wir hier wieder raus? Ja. Hier draußen wartet irgendjemand auf mich. Ich seh hier irgendwie was Leuchtendes bei mir. Ja. Was? Kennst du den Code nicht? Dann wirst du hier nicht glücklich. Suche nach weiteren Hinweisen. Was? Okay. Ah! Gib mal als Code die 73191. Das Ding fährt jetzt alleine los, oder was? Ja. Und dann? Guckst du mal auf die rechte Seite bei den Quests? Da steht... Äh... Geschichte der Welt. Erben von Eltern. Versammle die Mannschaft. Stelle die Koordinaten der Lastenheber auf 73191. Nein. Fertig. Okay. Morty hat also im Gegensatz zu mir den Plan? Ich hab immer den Plan. Morty, der Plan ist meine Aufgabe. Nein. Der Plan ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, mich zu verwirren. Okay. Kann ich. Sind wir bereit für die nächste Etappe? Nein. Oh, muss mal der Olnetz hinterher? Wahrscheinlich nicht. Anscheinend nicht, nein. Thomas Borgoli. Wir sind im Camp Viridian. Komm schnell hierher, damit wir uns... Weiß ich nicht. Damit wir unseren Forschung... Mit unseren Forschung beginnen können. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch keine Ahnung, wo wir alles hin sollen, Morty. Was hältst du davon, wenn wir hier erstmal die Straße runtergehen zu dem Häkchen? Nie wieder Hütchenspiel, nie wieder in die Spielothek. Warte mal kurz. Kann ich das jetzt abgeben, oder? Ne, ich muss jetzt direkt sammeln. P war das, ne? Genau, P. Hast du dein Werkzeug schon angelegt? Angelegt. Äh... Nein. Äh... Äh... Äh, doch? Ja, hab ich. Okay. Anwärme für Protospiele, was war denn das? Toll, weißt du, irgendwas erzählen, dann an mir vorbeilaufen. Dungeon-Vorbereitung für die Protospiele. Es freut mich, dass Sie, ähm, so viel Enthusiasmus dafür aufbringen, eine Expertin in Sachen Gruppenkampf zu werden. Sind Sie bereit, sich in der Akademie der Protospiele zu beweisen? Immer. Übungsklinge, Sicherheitsklinge. Ähm... Ja. Äh... Pfff... Keine Ahnung. Ich glaube, ich möchte mehr Angriff. Eine sichere und lukrative Reise. Pfff... Ich auch. Hoch, warte. Alter, geh nicht weg. Wer geht wohin? Äh, wenn ich da... Oh. Ups. Ich hab nichts gemacht. Mhm. Nachträgliche Rollenbesetzung. Sieht aus, als hättest du keine volle Gruppe. Verwende den Inhaltsfinder und klicke auf Ersatz finden, um dich neu anzumelden und deine Gruppe aufzufüllen. Wer für Protostar arbeitet, arbeitet für die Zukunft. Okay, vergiss es, wir müssen erstmal Leute auffüllen. Was soll ich drücken? Äh, Inhaltsfinder N. Äh... Äh... PvE? Äh... Wo sind wir gerade? Akademie der Protospiele, aber ich hab grad gar keinen Durchblick. Dungeons. Dungeons. Akademie. Und dann... Tja, was bin ich denn? Ich weiß es nicht. Kannst du auch nicht aussuchen. Doch, ich kann unten auswählen, DD oder Tank. Ah ja, okay, ich bin DD. Als Gruppe teilnehmen. Gehen wir da hin? Ja. Achso, das ist Warteschlange. Ist ja super. Dann können wir ja hier wieder raus, wa? Was ist das hier für ein Knöpfchen? Du weißt doch nicht den roten Knopf drücken. Okay. Sonst startest du den Hard-Mode. Das war Mimiron. Spaß. Ich hab einen Anruf, Morty. Ich hab auch einen Anruf. Wir haben ihn weggedrückt. Verpasster Anruf Dungeon Akademie Erfolg. Für Protostar arbeitet. Arbeitet für die Zukunft. Du hast ihn weggedrückt? Ich hab ihn wieder. Okay. Akademischer Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben soeben mit Protostar in Ihre Zukunft investiert. Schließen Sie die Akademie der Protospiele ab und erhalten Sie Ihr Gruppenkampfzertifikat, das für alle zukünftigen Gruppenkampferlebnisse eingelöst werden kann. Bereit. Ja, erledigen Sie das unbedingt. Aha, das Zertifikat wird erst nach erfolgreicher Erfüllung aller Kursvoraussetzungen verliehen. Versammle alle beim ersten Test. Besiege Inwulnotron. Werden Sie zu erwarten, überstehen. Und weiterleben, um bei uns zu kaufen. Ihre Gegner wurden von Denkmaschinen und Supercomputern genetisch erstellt, sodass Sie lernen können, ihre tödlichen Attacken zu unterbrechen und ihnen auszuweichen. Machen Sie sich bereit zu unterbrechen und denken Sie daran, rauf auf dem Rot! Lass es die Spiele beginnen! Aha, ich unterbreche ihn, ach so. Habe ich irgendwas, was unterbricht? Ja, ich habe was unterbrochen, aber die Reichweite hat nicht gereicht. Wenn unterbricht, wenn sie da auf Null reduziert ist. Und setzt dann... Okay. Ich gucke halt, ob ich irgendwas habe, was unterbricht. Wow! Nein, das nicht. Oh, ich glaube... Hast du gerade unterbrochen? Ich habe einen unterbrochen, ja. Ich habe auch einen unterbrochen, glaube ich. Deswegen steht da ja auch nur noch ein, statt drei. Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich damit unterbrochen habe. Ich habe auch 15 Sekunden Cooldown. Ich auch. Ich nehme mal eine Spritze. Ups! Morty, nimm mal eine Spritze. Wie nahm ich denn eine Spritze? Achso, da. Und weg, und weg, und weg. Der Zauber ist gleich durch. Morty, wir haben zu viel Cooldown. Vielleicht sollten wir erst wiederkommen, wenn wir mehr Leute sind. Wäre vielleicht praktisch, ja. Ja. Instanz verlassen. Instanz verlassen. Ja, die Instanz verlassen. Komm, bring mich um. Komm, bring mich um. Aber wir sind noch in der Warteschlange, Morty. Wie sind die Instanz zurücksetzen? Zurücksetzen, gescheitert. Komm mal da raus, Morty. Ja, wie komme ich denn raus? Weiß ich nicht. Ich konnte gleich automatisch da raus. Ja, ich hab quasi auf ein Holocaust-Biederbeleben gedrückt, und dann bist du rausgegangen in dem Moment. Deswegen muss ich jetzt wieder sterben. Aber es dauert nicht mehr lange. Ah, das dauert alles. Stirb, 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 stirb. Fünf, vier, drei, zwei, eins, boom. Instanz verlassen. Ja, ich möchte die Instanz verlassen. So, jetzt können wir betreten. Jetzt müssten ja mehr als wir da sein. Nein, wir sind nur zwei. Wir sind immer in der Warteschlange. Versteh ich nicht. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Da, Haus, Zoom, herein, Zoom, Minikartenoption. Nein. Nein. Ich porte mich jetzt hier weg. wo kommen wir jetzt raus weit weg von da wo wir kommen waren wir nicht in der wald lichtung ja sind wir jetzt im wald hort ja müssen wir quasi alles neu laufen sie ist positiv wir können jetzt schlucht blickschanze machen wo ist die denn schon wieder da gibt es quatsch sie ist positiv natürlich was ist das denn ach so die punkte waren neutrale viecher minikartenoption zeige quest beruf zeigt er mir auch da ist irgendwas orangenes ne grünes ach so das irgendein charakter das ist das ist das ist das ist das ist